Das kommende Album von Rookies & Kings trägt den Titel Rookies & Fans Sampler Vol. 3 X-Mays Edition. Das Album erscheint voraussichtlich am 26. November 2021 über das Label Rookies & Kings. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.